Also komm mal her, Demi Rose will das hier gar nichts zu suchen. Komm, wir gehen schlafen. Demi Rose ist schon draußen. Mach doch mal, mach doch mal diese Scheiße. Ja Junge, dann scheiß auf dich, komm. Machen die auf. So, kommt dann mal rein. Ja. Hier mach ich auch auf. Nein, 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 nein. Herzlich willkommen, ihr seht schon. Ey, lass es doch bitte, guck mal. Jetzt gehen die ganzen Tiere raus. Das muss doch jetzt nicht sein. Rainer! Die Tiere werden ja scheinbar auch in den Hüderstein oder so. Ja, dann dürfen sie auch hin. Aber da sind sie ja immer noch eingesperrt. Rainer, hier rein. Komm. Dein braver Rainer. Ja, Feini. Hast du schon folgenden Start gemacht? Ich auf jeden Fall schon. Ja, logisch. Na, Logo. Da sind wir schon wieder, Freunde. Da sind wir schon wieder. Ab dort ist ja Mist, ne. Weiß ich auch, ja. Ja, ja. Du, äh, äh, Goldkübchen, wo ist sie denn? Hier, meine Süße. Ne, das ist der Murat. Sieht auch ein bisschen schwanger aus. Ey, die haben Hunger. Haben die überhaupt noch zu essen? Die haben nichts mehr zu essen. Ach du Scheiße. Und dein Shop ist zu. Die haben alle Hunger. Okay, direkt schlafen gehen. Ah, nein, nein. Das geht in die Hose. Nein, nein, nein. Nein, wir haben Corona. Wir sagen einfach, wir haben Corona. Die sind leider alle an Corona gestorben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Es geht auch im Zelt schlafen für die Tiere. Einfach, dass es schneller geht. Ich renne. Ich renne, meine lieben Tierchen. Ich renne. Ja, die schlafen jetzt eh erstmal. Jetzt ist nicht so schlimm. Da ist noch, da ist noch ein Red. Jetzt muss ich noch mit dem. Ich bin schon schlafen und ich höre Albträume. Ich habe PTSD aus dem Krieg. Ah, ich höre die Schüsse. Ah, nein, nein. Nein, die kommen schon wieder. Wie damals in den Gräben. Nein. Junge, jetzt habt ihr euch einfach lastig Spaß. Scheiße, ey, so schnaller. Junge, ich habe wirklich posttraumatische Belastungsstörungen. Achso. Wieso haben wir denn eigentlich schon wieder kein Geld? Ja, das wüsste ich auch mal gern. Aber hauptsache, es ist nicht wichtig, dass wir Essen kaufen. Nee, nee, nee. Ist es auch nicht. Ich wünsche aber nicht, dass Murat stirbt. Der ist so schön festgeworden. Ja, du sagst, die Tür tut, dass jemand abbrechen kann. Und die Tür steht einfach offen. Ja, achso. Jetzt aber schnell. Ab zum Schöpfchen. Ich möchte aber nicht, dass du mitkommst. Ich möchte das nicht. Dann fahr alleine. Gut, dann fahr alleine. Ich kümmere mich um die Tiere und versuche ihnen den Hunger auszureden. Du musst nicht landen. So, morgen. Was liegt hier draußen? Ach, Metall liegt die noch. Was haben wir jetzt für einen Brunnen? Nee, Zement brauchen wir da. Ja, guten Morgen, mein Lieber. Na? Hast du ein bisschen Hunger, glaub ich, oder? Ja. Ja, gleich gibt's Essen. Papa ist schon unterwegs. Oh nein, Young Chief. Young Chief, ja Murat, gleich. Schnell. Schnell. Murat geht's auch nicht mehr so gut. Der braucht eh das Doppelte und Dreifache an der Menge. Ja. Oh nein, und zwei von den ganz... Aber die sind eh nahmenlos. Das ist nicht so schlimm jetzt. Sind die gestorben? Nein, aber die sind fast am sterben. Jetzt muss es schnell gehen. Jetzt. Die laufen schon alle drinnen rum, weil sie wissen, da gibt's eigentlich Essen. Ach nein, ach nein, ach nein. Trägt's auch, ich beeil mich jetzt. Ja, ja, Hilda, ich hab auch Hunger. Trägt's auch, ich beeil mich jetzt, ne? Jetzt noch erstmal in die Schu-Shop-Eine-Runde. Ja, ich merke das schon. Da ist wieder Wasser für euch, komm. Ich mach euch das Wasser frisch. Ja, ja, ich hab auch Hunger. Komm. Mach mal die Hühner noch rüber. Ja, in die Hühnerstelle. Ich hab schon alle rüber gemacht, so weit's geht. Wo ist hier noch jemand? Sind alle drüben, oder? Ne, da ist noch einer. Wer ist der kleine Ausreißer? Wer bist du denn, ne? Ach, Puck wieder. Puck wieder am Ausreißen. Ah ja. Talk life, motherfucker! Ja, 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 ja. Du bist auch so'n kleiner, ne? Ja. Aber die fressen schon die Wände. Siehst du das? Wir müssen übrigens den Hühnern auch mal einen Sack drüber stellen. Nicht, dass die auch verhungern. Schnell, schnell. Komm mal mit, ihr Hühnchen. Wo mach ich das denn rein? Oben, oder? Oder unten? Ja, ja, ja. Ach, hier ist sogar so'n Futterding. Glaube ich. Oder ist das hier Legeplatz? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall liegt da jetzt Futter. Guck mal, wie die hier alle warten. Wir wollen alle wieder rüber. Kannst du vergessen. Aber ist jetzt Schluss. Heute wird schöne Hühnersalami gemacht. Oh, da fressen sie. Da fressen sie. Wem geben wir noch den letzten Sack? Ich würd's sagen, den Hühnern. Das... Wobei, hier ist es schon wieder richtig spät. Keine Ahnung. Ja, ja. Hör auf zu bellen. So. Mädels, da gibt's Essen. Von Jungs natürlich. Ach, die haben gar kein Wasser jetzt, die Hühner, ne? Ja, stimmt. Junge, die machen auch nur Probleme, also. Der Stall macht auch nur Probleme, ne? Bringst du den Wasser... Ja, ich bring einen rüber. Welche denn? Nein, Junge. Wir können doch nicht. Nein, die brauchen hier zwei. Die müssen einen neuen holen. Okay. Haben wir genug Geld? Hallo, Junge, Mann. Ist irgendwie selber? Kannst du selber das Geld drücken? 17, wie viel kostet der mehr, oder? Ich geh mal... 40. Ich will mit das andere Auto. Das tu ich mir hier nicht an. Das tu ich... Ne, das tu ich mir nicht an. Wo ist das andere Auto? Unten am Berg, ne? Jo, da hängt irgendwo im Baum. Na, wo bist du mein schönes Auto rein? Da, habe ich es nicht gefunden. Jo, wie das da drin hängt. Stark. Nein! Was? Murat ist tot! Nein! Murat ist tot! Nein! Murat! Was? Wo ist er? Nein! 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 Er hat mal hingekackt! Nein! Ey, legt der auf den Baby drauf? Schau mal... Schau mal an seinem Hintern. Was hängt da durch? Was hängt da an seinem Hintern? Das ist sein... seine Beine. Murat! Es wäre doch nicht nötig gewesen... Neben den anderen noch! Diese anderen hast sie weggefressen, das heil. Nee! Überhaupt nicht! Murat! Das hier! Wer war das dann? Der Fetti. Die Goldgrube war es nicht... Ach, Fetti ist tot! Nein, Fetti. Na is nicht. Das war es auch nicht besser. Egal, trängst mir das Fleisch rüber, dann haben wir mal wieder Geld, są auch gut. Ciao Leute, da ist der Schmerzstaunt vorbei. Ich mein, das ist vielleicht zum Schlachthaus, ne? Ach stimmt. Wir haben unser eigenes Schlachtding jetzt. Junge, Junge, das wird... Na ja, Glück im Unglück, ne? Oder? Haben wir wieder Geld für die Wienchen. Und für ein neues Schweinchen. Ich kann hier ein bisschen Marathon-Sport machen. Dieses Drehen, Junge, das fackt so ab. Dieses Drehen. Oh, warte. Das war nichts. Junge, wie ist es da her wie die Wurst? Pfff. Oh, schon wieder. Hast du ein paar Klumpen gemacht, bitte? Ja. Von drei hab ich schon zwei Klumpen. Oh, Leute, jetzt drehen die irgendwie... Ey, die finden aber echt hier rüber, Junge. Die stehen nur am Tor rum. Vielleicht wollen die auch einfach trinken. Das kann auch sein, ja. Sind die durstig? Oh, die sind echt durstig. Junge, wir müssen uns beeilen. Dann bringt doch ein Kanister rüber, ne? Also wie durstig sind sie? Sehr durstig. Ich bring mal einen. Ja, dann bring einfach mal einen rüber. Ich muss aber kurz außen rumlaufen, weil... Die stehen alle da am Tor und warten. Morgen, Hinderchen. Gibt ihr lecker Wasser? Ja, ja. Da freut er euch, ne? Oh, perfekt. Morgen. Ich kann nichts dafür, dass er gestorben ist. Der ist selber von uns gegangen. Ich weiß nicht. Sorry, Young Chi. Die brauchst du nicht bellen. Rainer kämpft an der Tür. So, Hinderchen darf da trinken. Und jetzt ist aber... Nein, nein, nein. Jetzt ist aber auch gut hier. Luciano und Puck sind ausgebüxt. Ich glaube, da müssen wir uns mal drum kümmern. Und die beiden. Was? Die sind wieder ausgebüxt. Achso. Morgen. Aber wer bellt denn hier die ganze Zeit rum? Irgend so ein No-Name. Ja, jetzt fangen alle an, ne? Oh, jetzt gibt es kein Flash mehr. Doch, doch. Ich bring wieder. Ich muss ja kurz rüberbringen, deswegen. Schade, dann gibt es eine neue Frau für Murat, oder? Dass er seinen Harem da fertig machen kann. Ja. 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 Wir machen... Guck mal, was wir für unsere Tiere machen. Der kriegt seine Haare schon auf Erden. Der muss gar nicht. Der muss gar nicht als Märtyrer sterben. Oder meinst du, der... Und jetzt wird er noch dem... Jetzt wird noch dem IS-Fighter. Oh, das könnte sich auch sein. Aber unwahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube auch. Dem geht es hier so gut, der will nirgendwo anders hin. Mhm. Weil hier da auch noch seine... Seine eigenen Jungen, die dann auch noch ein paar Weiber dabei sind. Ich weiß nicht, ob er die auch anfasst. Okay. Ja, aber Hauptsache, hinkacken. Das kann er, ne? Junge, wie viel Fleisch ist das denn da? Ist immer noch fertig? Nein, nein, hier liegen noch sieben Stück oder so. Der hat uns gegönnt. Der hat sich gut gelassen. Keine Wunderschein kein Essen hat. Aber ich finde, der Name war Programm bei ihm. Vielleicht haben wir ihn so gemacht, weil wir ihn so genannt haben. Ey, Yang-Chi hat mich eingesperrt. Vielleicht hat er einfach auch ein Suizid begangen. Vielleicht wollte er sich auch fahren, dass wir wieder Geld haben. Er hat sich für uns geopfert. Oh, Leute, ist das nicht schön. Ja. Also, ich finde, das solltet ihr in den Kommentaren auch einfach euch mal zu Herzen nehmen und uns 100 Euro spenden. Kriegt jetzt erst mal viel, Leute. Aber jeder hat doch 100 Euro weiter verfügelt. Genau. Es ist auch okay, wenn ihr... Hä? Oh nein. Oh nein. Geht mal ganz kurz. Guck mal, wie ich das Fleisch trage. Hä? Ich bin dick rumge... Alter, ich backe richtig rum gerade. Ja, das... Das ist nicht normal. So, ich glaube, wir haben alles. Komm mal raus. Mach du dir weg. Was ist Spaß? Ja. Hä? Hast du dir ein paar Köttel gemacht. Hä? Verpiss dich mal, Junge. Was willst du? Geh raus. Du bringst mich richtig raus, Alter. Ich lege mal die Wurst mit. Junge, da liegen ein paar Föten in unserem Auto. Ja. Du hast jetzt selbst den Besten, ne? Uff. Junge, ich glaube, dir ist schon wieder Hunger. Das wird ja wohl nicht sein. Geh raus, Alter. Ich glaube, ich werde an die Wurst kommen. So, haben wir alles? Jo. Geht's damit? Ja. Und dann geht's mal auf die Einkaufstour. Oh, da denkt er was. Aber es kommt, das winkt auch nicht. Okay. Ich frage, Junge, dass überhaupt nichts gemacht wird, vielleicht. Oh, je. Und dann... Das ist aber schön, Freunde. Hört ihr das? Das ist herzerwärmend. Okay. Hände hoch. Das ist ein Überfall. Gib mir die Wurst raus, vom den Kofferraum. Wo stehst du? Ich bin da nicht, mein Typ. Hä? Ich stand gerade die ganze Zeit auf deinem Auto. Du zielst einfach ins Gebüsch, Junge. Und sagst, Hände hoch. Das ist ein Überfall. Wie so ein Typ, der Selbstgespräche führt, Junge. What the fuck? Ich stand auf seinem Auto die ganze Zeit. Ja, beim Auto. Du bist einfach so. Hände hoch. Das ist ein Überfall. Das ist ein Überfall. Ich stand auf seinem Auto auf einmal, bin ich weggepackt. Sehr stark auf jeden Fall. Sehr starkes Spiel auf jeden Fall. Also Wasserkalister und Fleisch sind, das ist eine Priorität. Kurze Ansage, was springt bei raus? Ich sag, um die 1200 Euro. Ich sag, mit den Eiern und alles sind wir bei 1.86. Ist das traurig, Junge. Was kommt raus? 938. Ey, Fetty, Junge. Was ist mit dir? Gut, also ein männliches Schwein, würde ich sagen. Ein weibliches, oder? Wir haben doch Murat als König im Stall. Ja, aber Fetty war doch ein Mann. Aber egal. Jetzt ist es halt ein weibliches. Ja, warte doch mal ab, die ganzen kleinen Scheiße, was die, was aus dem überhaupt wird. Nur Futter für Fleischwolf. Eigentlich muss man uns denn Elektro-Schocker holen. Naja, aber guck mal, wir haben jetzt ja gespielt. Was ist das? Wobei, nee, wir müssen richtig investieren. Und zwar in elektrische Wurstsprutze oder so. Schön, wie viel kostet die? 999. Dann können wir uns wieder nichts leisten, oder? Ah, da müssen wir jetzt... Was ist ein Omoskop? Das ist das, was du siehst, ob Eier gekauft hat. Es gibt halt Ziegen und Schafe. Oh, nice. Und Laptops. Lappi-Toppis. Ähm, dann würde ich sagen... Eine Melkmaschine. Also Wassertank haben wir noch gesagt, ne? Wassertank und ein bisschen Futter. Und sonst sparen wir auch die elektrische Wurst, Dings. Wären wir eh genug Schweine, grad. Gut, gut, gut. In Ordnung. Dann, äh, schau' ich mal los, ne? So, sollte genug Weizen sein. Ich mach ja grad einspringen, sorry. Ich kann grad nicht. Guck mal, der Karten zum Weizen hier. Ich hab's gesehen. Hast du jemanden aus dem Auto? Nö. Wir gewinne ich nicht. Ach, da ist es gegen mich gestartet. Es ging wie. Ah, sehr gut, dass du ein Teil machst, was ich grad machen wollte. Ah, sehr gut. Der sucht hier so eng wie möglich zu stapeln, einfach jeder Platz von mir mit den Kindern. Ja, der war auch immer gut gestapelt. Ach komm, irgendwo geht der noch rein jetzt hier. Obendrauf vielleicht. Können wir den Kanester ein bisschen zur Seite machen? Nee, der geht halt nur in die Mitte, oder was? Ja. Genau. Zerberaugen im Kopf. Junge, das ist auch so fett. Man sieht auch da, ob sie nicht zwei. Ob man das Ding in der Hand hat. Naja, was machen wir jetzt? Das passt, warte. Jetzt. Quer. Gib her. Ich laufe im Eierkau einfach heim. Sonst sollst du den aber auch mitnehmen. Irgendwann ist das bei der Hand, ist es wie jetzt auf dein Korb da, wer. Die stelle dir auch so aus. Ja. Ich kann den Korb... Ah, jetzt kann ich die wieder aufheben. Ey, du kannst dich auch einfach aufs Auto stellen, ja nicht? Das stimmt, ja. Wobei, bei dir, ich weiß nicht, wo du da landest. Warte, warte. Ich glaube, du kannst dich drauf. Aber mit anderen auch. Hey. Ich bin die Gardeonsfigur von deinem Auto. Oh, jetzt bin ich einmal nach hinten geflogen. Ich halte mich fest. Ich halte mich fest. Hopp. Oh Junge, das packt so hart. Hey. Äh, bist du schon da? Ja. Ich fahre immer noch auf dem Auto. Hä? Ich fahre auch offensichtlich auf dem Auto. Ach so. Jetzt bin ich da. Man, was sind denn das für Calls von dir? Ach so, ist schon wieder alles weg. Ist schon wieder alles weg. Ich sag doch, die sind zu fett. Zu verfressen. Aber ich fahre jetzt ein bisschen näher dran. Ich will das schwitzt. Wuii Wundervolle City Auch gut, dass wir einfach weiterhin Eier spawnen, obwohl die Hühner gar nicht verlassen Ich, äh, prima Oh, Junge, bei mir lags jetzt richtig, holy shit Ich bring den Hühnerwappel-Getreide rüber Ihr habt es auch schon weggegessen Junge Was ist denn mit euch? Geht's euch zu gut oder was? Oh, bei mir lags gerade richtig, holy shit Geht's bei mir ab Du hast den letzten Sack für den Hühnern Alter, Murat Junge, Junge Wollen wir langsam sorgen um dich Wer hat denn hier Kinder geworfen? Echt, haben wir wieder Kleine? Ja, vier neue und ist immer noch schwanger, das Drexy Was? Das ist halt die Frage, nochmal 900 Euro Was? Oder nochmal vier Kinder Junge, Goldkugel, was machst du denn? Stopp, jetzt ist halt die Frage, nochmal 900 Euro oder nochmal vier Kinder? Ähm, nee, erstmal die Kinder und danach kriegen wir jetzt immer noch Schlachten, kriegen wir immer noch 700 oder so raus Wenn es doch nicht die mit den Kindern im Bauch schlachten Doch Wenn ich mich fragt, dann mach ich das Und was geht eigentlich, warte mal nicht, Herr Rainer, die Hilde Die ist doch Stimmt Ich möchte kleine Tiere haben Ah, die hat auch schon einen gejobbt Ja, let's go Okay, wie nennen wir die? Junge, geil Wo ist denn der? Der liegt hier draußen irgendwo Da Äh, wo ist der Eierkorb? Das frag ich mich Der liegt draußen direkt am Ding So, wie nennen wir die Kleine? Kleine? Boah Das wird halt tricky Das wird Wie nennen wir die Kleine? Oh, geil Was wuffelt sie denn? Nein, das war, weil das Schwein wieder gebellt hat Achso Ähm, sie sieht ein bisschen Wie sieht die denn aus? Wie wär sieht die aus? Ich trenne euch jetzt Ich hab sie getrennt von ihrer Mutter Oh, ist sie süß Oh, ist sie süß Das wird die Giselunde Oh, da sind ein totes Zwei tote Hühner Hast du dich gar nicht beachtet Als du drin warst Nö, ich hab sie nicht gesehen So, aber wir müssen jetzt auch gleich ein Folgenende machen Das heißt, um die toten Hühner kümmern wir uns selber irgendwann Ist uns jetzt auch egal, oder? Ach, da liegt's Wer ist es? Ja, wir können es ja schon mal durch den Fall Ach nein, nicht, dass es Eminem ist Guck mal, wo das andere weiße Huhn ist Nö, nö, nö Ist es weiß und Nö, nö, ist es ein weiß Oh, scheiße Shakira, Shakira ist noch da Eminem ist tot Ach du scheiße Eminem ist tot, nein Er hat's nicht geschafft Nein Wie traurig Ach nein Ach nein Ach nein Das riecht was, das Fleisch Das Fleisch auch wie traurig Nein 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 Schenk auf das nicht Lass mich mit ihnen alleine Lass mich alleine Ich hab ihn doch schon durch den Fleischwarpf gedreht Lass mich mit den Hühnern alleine Ja, ihr seid jetzt meine Freunde Ja Shakira, Shakira Shakira, Shakira Shakira, Shakira Shakira, Shakira Shakira, Shakira Nein Nein Ich möchte dich sehen Was ist in der Ruhe Shakira, Shakira Es ist noch ein Totes Shakira, Shakira Das sind ja drei Tote schon Nein 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 Du mir das nicht Shakira, Shakira Shakira, Shakira Drei Tote Hühner Nein Jürgen, der da liegt Der liegt direkt hinter mir Nein Ich kann das nicht mehr Ich kann das nicht mehr Lass mich gehen Lass mich gehen Nein Nein Liebe Freunde Wir machen hier ein Folgende Ich kann es einfach nicht verkraften Ich kann es nicht Es geht nicht mehr Es geht mich nicht mehr Lass mich gehen Lass mich gehen Nein 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 Hier ist Schluss Hier ist Schluss Ich kann es nicht mehr Ich kann es nicht mehr Hebt ihr die Ohren zu Ich glaube wir Die nächsten Wochen aus Da der liebe Jürgen Mann sich Um seine Psyche kümmern muss In diesem Sinne Haut da rein Ja Ich wünsche euch ganz viel Spaß Und until the next Ja leider Ich glaube er tritt langsam durch Das war es Ich kann es nicht mehr Lebt wohl Liebe Welt Ich muss es jetzt tun Hä wie hast du dich denn selber umgebracht Ich habe dir Ich habe mir auf den Boden geschossen Ich bin doof Warum rede ich noch Tschüss Freunde Ja Leute Tschüss Geh noch einmal zum Tartan Und er weiß mir die letzte Ehre Junge Alter Richtige Blutlachen über dir Mich mal auch Wer hat den schnellsten Triggerfinger Also Leute Ich sitze in meinem eigenen Blut Ihr seht was es aus mir gemacht hat Also Leute macht es gut Tschüss Junge ich stehe im Blut Ich weiß Ich bin da